Hallo zusammen, mich hier ist wieder euch da und heute bin ich wieder für euch hier in Legion unterwegs. Und zwar bin ich hier mal wieder bei den Legionswächtern und möchte so ein kleines Opening-Kisten-Event machen. Und zwar mittlerweile das vierte müsste es sein und ich hoffe, dass ich diesmal endlich Lack habe. Ich möchte, wie das letzte Mal auch schon, das Legendary für die Eule bekommen, deswegen stellen wir hier auf Gleichgewicht. Und wir haben wieder insgesamt, im Moment, tausend Kriegsvorräte der Legionsrichter und wir schauen jetzt mal, ob wir Glück haben. Und wo haben wir die rein? Naja, ist ja eigentlich wurscht. Hier, das Ding ist bald fertig. Basteln wir da mal tausend Dinger rein. Zack, 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 zack. So, hätten wir das? Okay. Oh, jetzt ist das Inventar voll. Ja, wir können ja hier ein bisschen die Artefakt-Power einsetzen, dann ist das nicht ganz so wild. So, erstes Ding, nix. Zweites Ding, oh, eine kuriose Münze. Die brauche ich relativ dringend sogar, weil ich das Mount haben möchte. Wieder nix. Hm, drei Stück waren schon mal nix. Das war auch nix. Ich kriege immer mehr Order-Ressourcen, ne? Wieder nix. Komm, 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 komm. Wieder nix. So, vier Stück habe ich jetzt. Jetzt setzen wir mal, um die Spannung zu erhöhen, nehmen wir mal so ein bisschen die Dings nur ein. Wieder nix. Wieder nix. Zwei sind's noch. Okay. Okay, okay, okay. Also, wenn ich jetzt wieder nix aus dem Shit rauskriege, dann weiß ich auch nicht. Dann, glaube ich, werde ich mir hier die Dinger nicht mehr machen. So, komm, komm, komm. Drück mir die Daumen. Nix. Ich habe ein blaues Item gekriegt. So, jetzt habe ich mein ganzes Pech verbraucht. Und demnächst werde ich mal die Emissary-Bags aufmachen. Und dann werden wir mal schauen, ob ich da ein bisschen mehr Luck habe. Weil anscheinend mit Legendaries sieht schlecht aus. Ich habe nämlich nur kein einziges, ähm, Eulen-Legendary, ne? Das eine, das ich haben will, will nicht. Naja, ihr habt es schon wieder gesehen. Ich habe einfach keinen Luck. Ich will ein bisschen Mitleid von euch in den Kommentaren sehen. Euer Chela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.